Zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters, wie ich es bei der Tagesordnung bereits angekündigt habe. Ich glaube, es ist ein guter Brauch, wenn wir mit großen Delegationen und Vertretern des Stadtrates auf Reise gehen, auch dem Rat in seiner Gänze einen kurzen Bericht abzugeben. Herr Dr. Deppe, Herr Krüger haben das dankenswerterweise übernommen und ich bitte Sie, diesen Bericht an Ihre Kolleginnen und Kollegen zu geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben eine eindrucksvolle Reise hinter uns, eine Reise in ein Land oder eben in eine Stadt mit vielen Kontrasten, mit vielen Gegensätzen, die einen nicht unberührt heimkehren lässt. Wir beide werden Ihnen jetzt ein bisschen darüber berichten. Wir waren ja aber nicht die Einzigen, die mit waren, sondern es waren zwei weitere Mitglieder aus dem Stadtrat, Herr Hecht von der Linken und Herr Wiedemann aus der AfD-Fraktion. Es waren des Weiteren Vertreter verschiedener Ämter aus der Stadt dabei, es war der Leiter der Stadtreinigung dabei und auch der Vorsitzende des Verbandes der Kleingärtner in der Stadt und zwei Unternehmer und noch ein paar andere Persönlichkeiten. Insgesamt waren wir also 19 Menschen. Wir werden jetzt im Hintergrund so eine kleine Diashow laufen lassen, die Ihnen ein paar Eindrücke vermitteln kann von dem, was wir dort gesehen haben. Wir werden auch ein bisschen thematisch Bezug darauf nehmen, auch auf diese Bilder, die Sie sehen. In was für ein Land sind wir gekommen, in was für eine Stadt sind wir gekommen? Brazzaville ist die Hauptstadt der Republik Kongo, also der sogenannten kleinen Kongo. Eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern, 5 Millionen Einwohner hat das ganze Land. Also diese Stadt hat schon eine große Bedeutung für das Land. Die Republik Kongo ist eine ehemalige französische Kolonie. Sie ist dann zunächst eine sozialistische Republik gewesen. Da ist eben auch die Partnerschaft zur damaligen DDR begründet worden. Dann hat es einen langen Bürgerkrieg in den 90er Jahren gegeben und danach hat sie eben die Form einer parlamentarischen Republik angenommen. Man muss aber schon sagen, es ist eben nicht so eine lupenreine parlamentarische Demokratie wie vielleicht die unsere, sondern es ist schon ein autoritär regierter Staat und der Staatschef ist auch dort jetzt fast 20 Jahre an der Macht. Also das weist schon darauf hin, dass es nicht so ganz einfach ist. Und man muss schon auch sagen, es ist ein Land, in dem es auch Korruption gibt. Dem Land geht es eigentlich wirtschaftlich gar nicht so schlecht. Es ist ölreich, also es wird viel Erdöl dort gefordert, es gibt Tropenhölzer. Dennoch ist das Lebensniveau der Menschen dort nicht allzu hoch. Die Lebenserwartung liegt bei 62 Jahren. Und es ist so, dass das Land trotz eben vorhandener Flächen etwa 60 bis 70 Prozent seiner Nahrungsmittel, also auch Grundnahrungsmittel einführen muss, weil die Landwirtschaft dort eben über Jahrzehnte überhaupt nicht gefördert worden ist. Gut, wir haben nun in der Stadt auf dieser einwöchigen Reise verschiedene Projekte besichtigt und uns eben verschiedene Akteure auch in der Stadt, Gespräche mit verschiedenen Akteuren in der Stadt gehabt. Es ging ja immer um die Frage, was können wir aus dieser Partnerschaft machen und wo können wir als Dresdner unter anderem auch mit den Mitteln, die eben im Januar von uns allen hier bewilligt worden sind, nutzbringend etwas tun für die Menschen dort im Sinne des Prinzips Hilfe zur Selbsthilfe. Und da haben wir dann schon eben verschiedene Projekte gesehen und ich möchte zunächst mal auf zwei Projekte eingehen und Herr Krüger wird dann fortsetzen. Ein ganz großes Problem in der Stadt Brasserwil ist der Müll. Sie finden Müll überall, ich denke manche Bilder zeigen es auch auf allen Straßen. Uns wurde auch gesagt, dass rein das Müllaufkommen pro Einwohner in Brasserwil höher ist, höher als das Müllaufkommen in Dresden. Das hängt damit zusammen, es gibt viel Verpackungsmüll, weil eben viel Lebensmittel halt auch eingeführt werden und andere Produkte. Und dieser Müll landet auf den Straßen. Es gibt so etwas wie eine Müllabfuhr, die findet aber nur auf den Gebieten statt, wo es asphaltierte, befestigte Straßen gibt und die befindet sich in der Hand eines ausländischen Unternehmens, wo die Stadt dann auch kaum Einwirkungsmöglichkeiten hat. Und es geht halt vor allen Dingen darum, wie kann man den Müll eben auch aus den ärmeren Stadtbezirken, wo es eben keine befestigten Straßen gibt, herausbringen. Da ist jetzt die Idee, dass man dort Müllsammlungen kleinräumig an den Haushalten einführt und dann eben zentrale Sammelcontainer hat, so in Form von so Muldencontainern. Und da ist unsere Idee, dass man das unterstützen könnte, von Dresden aus, mit der Anschaffung von Fahrzeugen, die dort eben diese Mulden abholen können. Also das ist so eines dieser Projekte, was sich dabei herauskristallisiert hat und eben diese dezentrale Müllsammlung eben in diesen ärmeren Stadtvierteln. Also das ist so etwas, was wir als Projektmöglichkeit mitgenommen haben. Es wird auch wichtig sein, dass das Bewusstsein verändert wird für eben dieses Müllproblem. Und da ist so der Ansatz bei den Kindern. Also es soll wirklich jetzt auch in die Schulen getragen werden, dass sozusagen Kinder ihre Eltern erziehen, dass man eben den Müll nicht einfach wegwirft, sondern dass man Müll sammelt, dass man Müll vielleicht auch trennen kann und dass man dieses Problem auf die Art und Weise angeht. Ein anderes Projekt, wo Sie auch im Hintergrund Bilder sehen, ist das Projekt des Urban Gardening. Das kann man sich so vorstellen, dass in der Stadt Flächen zur Verfügung gestellt werden. Eine Fläche haben wir dann eben auch besichtigt, relativ großräumig, wo Menschen eben Gemüse anbauen können, auf so allgemein zugänglichem Land dort. Und um damit eben auch ein bisschen diesem Problem, dass so viele Lebensmittel eingeführt werden, entgegentreten zu können. Also Sie haben kleine Flächen zur Verfügung dort, in denen Sie gärtnern können. Ich glaube, so ein paar eindrucksvolle Bilder dazu sind ja auch zu sehen. Und da gibt es auch die Überlegung, wie kann man das fördern? Uns ist gesagt worden, dass dort wichtig auch zunächst nochmal Anleitung, Ausbildung ist. Also wie geht man meinetwegen mit Saatgut um, Pflanzabstände, Schädlingsbekämpfung. Und da ist auch die Idee, dass das eben hier vom kleinen, vom Stadtgärtnerverband unterstützt wird. Die haben ja auch viele Fachberater und dass man es eben auch über entsprechendes Saatgut unterstützt. Also auch ein Projekt, wo man wahrscheinlich mit geringen Mitteln eine ganze Menge erreichen kann. Ja, das sind zwei Projekte, die ich vorstellen möchte. Herr Krüger übernimmt. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Deppe. Ja, ein großer Teil unseres Zeitbudgets wurde ausgefüllt durch den Besuch von verschiedenen Schulformen. Wir haben uns sowohl eine Grundschule angesehen, wir haben uns eine weiterführende Oberschule angesehen. Wir haben uns auch eine berufsbildende Schule angeschaut, bis hin dann auch am Ende einer Fachhochschule für Land- und Forstwirtschaft. Das, was ja schon aus der letzten Delegation durchlang, konnten wir nochmal eindrucksvoll bestätigt führen. Die Klassenstärken sind in einer Größenordnung, das habe ich mir mal vor 50 Jahren von meinem Großvater erzählen lassen, wie groß mal Klassen gewesen sein können. Es waren dort zum Teil bis zu 150 Kindern in den Klassen drin. Es gab immer mehrere hochmotivierte Erzieher, die sich um die Kinder und Jugendlichen gekümmert haben. Aber wir haben auch gesehen, mit welchem Enthusiastismus und mit welcher Freude dort die Kinder und Jugendlichen gelernt haben. Insbesondere hat mich auch beeindruckt das Schulzentrum für die berufliche Bildung, weil es ja letztendlich darum ging, wie wir auch im Land gesehen haben, dass dort die Fachleute auf verschiedensten Gebieten dringend benötigt werden. Das war ein Querschnitt von Menschen, die dort Jugendlichen, die dort sich im Bereich der Elektrotechnik gelernt haben, Bereich ganz einfach, auch ein Bild war dabei, die gelernt haben zu mauern. Wir haben gesehen, dass sich junge Menschen auch an einfachen Metallarbeiten und eben auch an Maschinen dort ausgebildet werden. Dort haben wir, das muss man auch ganz offen sagen, auch so ein paar Potemkinische Dörfer gesehen. Wir haben zum Beispiel gesehen, ein Entwicklungshilfeprojekt, dass dort drei CNC-Maschinen angeliefert wurden. Die stehen da seit fünf Jahren. Es gibt keine Programme dazu, es gibt keine Werkzeugaufnahmen dazu, aber sie drehen sich manchmal. Also auch das haben wir gesehen. Allerdings haben wir auch gesehen, mit welcher Freude dort die Jugendlichen an einer alten Drehmaschine aus DDR-Zeiten von 1953 gelernt haben, mit solchen Dingen umzugehen. Für mich war auch interessant, wie das dann mit der Anerkennung verschiedener Ausbildungsebenen ist, ob dann diese Ebenen auch entsprechend anerkannt werden. Zum Beispiel in der Fachschule für Forst- und Landwirtschaft, dort kriegt man eben dann die Information, dass in Europa diese Abschlüsse anerkannt werden, natürlich eher im französischsprachigen Teil, in Frankreich und in Belgien. Also insgesamt, dort haben wir auch konkrete Vorschläge, wie wir dann im Rahmen der Richtlinie, die wir ja hier noch bearbeiten und beschließen müssen, wie wir ganz konkret auch für Schulprojekte, und das war wirklich ein absolut auch für mich heute nach wichtiger Teil dieser Besuchsreihe, wie wir dort unterstützen können. Wenn wir sehen, wie dort mit einfachsten Mitteln in großem Engagement versucht wird, den Kindern und Jugendlichen entsprechend Bildung zu vermitteln, war schon beeindruckend. Und wenn man dann hört, welche wichtigen, wir haben ja immer gefragt, was würdet ihr euch wünschen? Und da war eben einer, gerade bei dieser einen Grundschule, dass man gesagt hat, der sich mitten in einem Armutsviertel befand, wir wünschen uns eine Mauer, dann ist man im ersten Moment erstaunt, warum eine Mauer? Ganz einfach, das war der einzigste Bereich, diese Schule, wo es Latrinen gab. Und die werden natürlich dann von den tausenden Menschen ringsherum ebenso benutzt. Und ich sage, nee, wir wollen gerne eine Mauer haben, dass wir die dann für uns haben, und wir würden auch gerne mal unsere Latrinen saniert haben. Also in dieser Form haben wir ganz andere Vorstellungen gehabt. Es war auch gut, dass wir uns da mal ein Bild machen konnten davon. Also mich hat das insgesamt sehr beeindruckt. Und ja, ich muss sagen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu verarbeiten. Bin noch nicht ganz fertig. Ja, es wurde uns auch ein Projekt vorgestellt, wo wir ein bisschen skeptisch sind. Das möchte ich kurz erwähnen. Es gibt so die Idee, eine Straßenbahn dort in Brazzaville zu bauen, so eine große Straßenbahnlinie, 18 Kilometer lang. Da gibt es auch Pläne. Da hatten wir schon so den Eindruck, dass das so ein bisschen ein Prestigeprojekt dann doch auch ist, die erste zentralafrikanische Straßenbahn. Und da haben wir schon auch gesagt, also das werden wir jetzt nicht in der Weise aktiv mittragen, dass dort jetzt irgendwelche Fördermittel hineingehen. Aber wenn dort Beratung gewünscht wird, dann sollte die schon auch möglich sein. Insgesamt denke ich, haben wir den Eindruck gewonnen, dass es schon einige gut durchdachte Projekte dort gibt. Und man muss sich schon auch klar machen, dass man dort eigentlich mit relativ wenig Geld, doch wenn man das gut macht, relativ viel bewirken kann. Also wenn wir diese Schulen sehen oder meinetwegen das Projekt Urban Gardening, da kann man schon eine ganze Menge tun. Und es wird jetzt in der nächsten Zeit darauf ankommen, dass wir jetzt gut überlegen, wie eben diese Fördergelder, die wir nun haben mit dem Stadtratsbeschluss, gut einsetzen können. Und dazu wird auch eine Förderrichtlinie erarbeitet werden, sodass das alles sauber geschieht. Also von daher denken wir schon, dass diese Wiederbelebung der Partnerschaft mit Brazzaville eine gute Sache ist, wo wir wirklich auch für die Menschen vor Ort dort sehr viel Gutes tun können. Es gibt jetzt noch eine Fußnote sozusagen, die denke ich aber dann doch nicht unerwähnt bleiben sollte. Etwa eine Woche, nachdem wir das Land verlassen haben, erreichte uns die Meldung, dass der Oberbürgermeister, den Sie dort auch gesehen haben, Herr Okember, von seinem Amt suspendiert worden ist und dass Untersuchungen laufen wegen irgendwelcher nicht klarer Geldgeschäfte. Und dazu muss man sagen, dass auch schon spürbar war, während des Besuches, dass es zwischen der Stadt Brazzaville und der Landesregierung Brazzaville doch einige Konflikte gibt. Und der Staatspräsident ist also auch schon länger an der Macht und will auch nächstes Jahr wiedergewählt werden. Also ich will das jetzt nicht bewerten, aber diesen Hintergrund muss man wissen. Und da kann halt schon auch einiges dann so im Hintergrund laufen, was dann eben auch dazu führt, dass so die Landesregierung dann einen Oberbürgermeister absetzt. Ich denke, es wird wichtig sein, dass wir diese Partnerschaft nicht an einer Person festmachen, wobei Herr Okember schon wirklich ein Motor für diese Partnerschaft gewesen ist in den vergangenen Jahren. Aber wir sollten darauf bauen, dass eben andere aktive und engagierte Leute, die wir dort durchaus auch kennengelernt haben, dass die das mit uns zusammen gut weiterführen, auch wenn Herr Okember nicht mehr im Amt sein sollte. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Depper, Herr Krüger, für den Bericht. Ich möchte vielleicht ganz kurz den letzten Punkt noch insoweit ergänzen, der mich eben auch zunehmend stutzig werden lässt. Wir haben die Information von der Deutschen Botschaft erhalten, dass eben Oberbürgermeister Okember nicht bloß suspendiert ist, sondern mittlerweile vom Inlandgeheimdienst verhaftet worden ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich jetzt nicht weiß, will da jetzt keine Mutmaßungen anstehen, aber es ist schon angesprochen worden, nächstes Jahr sind eben Präsidentschaftswahlen. Herr Okember ist einer, dem es gelungen war, auch sehr beliebt auch bei der Bevölkerung zu sein. Und insoweit sollten wir auch hier von der Ferne mit Bewertungen ausgesprochen vorsichtig sein. Wichtig ist, und das kann ich nur noch mal deutlich hier auch im Stadtrat erklären, wir haben weder bisher finanzielle Transfers in Richtung Stadtverwaltung Brasserwels vorgenommen, noch haben wir das vor, sondern uns ist sehr wichtig, dass Begegnungsangebote zwischen Menschen stattfinden und dass wir Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, unterstützen, die aber eher im Sinne von materieller als von finanzieller Ausfertigung passiert. Und wie wir es genau ausgestalten, liegt auch in Ihren Händen. Wir werden ja arbeiten jetzt, eine Förderrichtlinie, die dann über das, was wir als Rahmen beschlossen haben, dann tatsächlich untersetzt, wie die Ausgabe funktionieren soll. Und das werden wir miteinander noch diskutieren. Also insoweit braucht jetzt keiner Angst haben, dass unsere Gelder in korrupte Kanäle gegangen sind, die im Moment noch gar nicht auf dem Weg sind. Soweit vielleicht in Ergänzung. Vielen Dank den Mitreisen. Ich muss auch noch mal sagen, wir hatten vor uns gerade die erste Follow-up-Runde mit der Delegation. Ich habe eine ausgesprochen engagierte Delegation gehabt, die sehr fundiert auch jeder für die Fachbereiche anschließend Rechenschaft abgelegt hat, die schon Vorschläge gemacht haben. Und wen das interessiert, ist auch eine sehr spannende Dokumentation von den Einzelgesprächen bis hin zu dem, was als Follow-up-Vorschlägen da ist für die Zukunft. Teil davon haben wir jetzt hier von den...